Und ein herzliches Willkommen zurück zum weiteren Teil von Mario Kart 8 Deluxe auf Nintendo Switch, mit mir von der Game Pass als Hobby, Kenu und DarkPin. Ja. Ja. Okay. So, dann sind wir jetzt mal wieder ready. Jetzt habe ich schon noch Spaghetti. Spaghetti ist geil. Kaum sage ich, kaum sage ich in Essence-Sword. Kaum sage ich, nee, ja gut. Ist das aber am Ende Spaghetti immer anders. Ja, Spaghetti durch den Rachen durch die Nase ziehen, das ist cool. Das ist ziemlich ekelhaft. Und dann wieder reinschlürfen und essen. Meine Cousine war schon mal so dumm, das eine bei Spaghetti-Essen, da war ich mal bei ihr. Da hat sie in ihren Po reingesteckt. In ihren Po. Eine Spaghetti. Ja. Eine gekochte oder ungekochte? Eine gekochte, da war ja schon Essen fertig. Eine gekochte geht ja irgendwie schlecht. Ja, das ist das Thema mit dem Mixer, dass sie auf irgendeine Art und Weise verstören und es widert mich an. Ich glaube, ja. Dann hat sie auch sofort gesagt, schmeiß sie bitte weg. Und ohne damit, ähm... Sie hat sie aber nicht. Das ist schwierig, das nicht mit anderen Gedanken zu assoziieren. Das ist, äh, schwer. Ach, da vorn ist er Löher. Jetzt kann ich mir nicht starten. Komm her! Oh, doch nicht. Scheiß schnappst du dir. Scheiß schnappst du dir an, jo. Bestimmt kommt auch so ein Best of, äh, von den B-Off oder wie der heißt. Ich wollte Anschlag auf Löher machen. Ja, ich hab's gesehen, aber du machst ja Anschlag mit den Wänden. Lass meine Freunde Wand in Ruhe. Ich wollte auf dich eigentlich gehen. Aber dann bist du mit der rechten Wand und der linke Wand. Nein. Doch. Alfons. Lass, überhol mich nicht. Das ist doch voll. Es hängt irgendwie total, oder? Kann das sein? Das Spiel? Ja. Nö, das läuft bei mir als einziges Spiel, was ich online spiele, auf dieser Switch flüssig. Oh. Boah. Löher hat mich genau mit dem roten Panzer getroffen. Aber warst du Kugel Willi oder was? Ja, ich war Kugel Willi. Oh, Acht da! Apropos Kugel Willi, wird man für mich auch wieder Zeit vor allem, weil ansonsten füttert hier nix mehr. Ja, Josi, was geht? Ich bin gerade in einer Runde. Nein, ich habe doch gesagt, dass ich erst nach 19 Uhr... Wie ich schon gesagt habe. Nein, ich will erst nach 19 Uhr essen. Ich habe doch gesagt, dass wir beim Spiel nicht gestört werden. Hä? Und... Hä? Von was redest du? Nichts. Nichts. Alles super. Ich bin gerade... Ach, du guckst gerade, hilft mir. Warte, ich will, ich mach kurz rein hier. So, sag mal, hallo. Ich will die hochverliesige Sendung, was? Hallo. Hallo. Hallo zurück und von Keno auch, weil du so laut warst. Oder auch, weil ich nur so dumm war und ich es ganz nahm da rangehalten habe. Was ist? Wahnsinn. Freude, Perspektive. Oh, fuck. Äh, nimm mal was du da am Montagst bitte raus, weil man versteht... Doppel... Doppelbitte. Ich hab was... Ich hab was gekonnt. Danach, ja. Ja, so wie Löhr auch bei Mario Kart sich nicht auf der Donut-Ebene ist, bist du hilf mir. Irgendwie blicke ich nicht mehr durch, was ihr da sagt. Ich auch nicht. Ach, wir erzählen, wir erzählen es immer Spott, ich in meinem Casino. Liegt halt so in der Familie. Ich merk's. Einfach lächeln und nicken. Genau. Wir sind hier nicht bei Madagaskar. Okay. Die sagen einfach nur, äh, schön lächeln und winken. Macht ihr leist? Ne, wir machen keinen Livestream, aber ich könnte Löhr fragen, weil er würde eh neid. Ich kann sogar jetzt mit einem neuen, krassen Livestream, könnte ich sogar mal auf meiner PS4 Livestream. Hey. Warte, ich frag ihn mal. Löhr? Was? Du Livestreams ist die Frage. Ja, kannst du Livestream heute noch? Weil mein Casino möchte gar nicht zugucken. Aha. Ähm. Könnte ich auch, klar, natürlich. Könnte er auch, hat er gesagt. Soll er machen, Josi? Ich mag eigentlich, dass er jeder nicht befreit ist. Dass er bis 19 Uhr leicht gemacht. Kann ich mal gucken, ja. Ja, das Problem war immer nur bei Mario Kart, dass es da irgendwie nicht so flüssig lief. Ja, er hat gesagt, könnt ihr gucken, ob das bei Mario Kart nicht so flüssig läuft. Aber das ist dann nicht das Problem, dass du rein todlich schon nur ein Part hattest und du dann so mitgesehen dann Notstand, den du ja zur Zeit hast auf und weiß ich nicht. Tiefes Smash Bros. Mann, Löhr! Ich hoffe, du kannst. Nicht so laut. Dann kann man wieder ausrasten. Entschuldigung, dann kann man wieder ausrasten. Wenn Löhr wieder... Ja, muss ich leider spielen. Ich bin die in der Mauer selbst. Ich muss nicht ausrasten. Ich raste... Ich raste immer bei irgendeinem Spüro aus, wenn ich von Irmang getroffen werde, so fies. Gott, ich bin ja witzig. Nein! Oh Gott! Hey, da kommt Zapo! Wer spammt da hinter mir die ganze Zeit? Ja, was ist dann, guck mal, blöder, das macht. Ich werde dann einen Link rüber schicken. Den schickst du nach Kuba? Den Link rüber! Ach so. Nicht nach Kuba. Ich habe gerade eben gesagt, Susi, zu dir, ich schicke dir einen Link rüber. Was versteht Löhr? Ich will, ob ich jemanden nach Kuba schicke. Ja, Löhr, weil es auch nicht ein Problem ist. Kugel will jetzt meine Schotze, aber alles hoch und kurz dazu. Oh, das war ja nice. Keno, Kugel will die. Schatten, äh, Tyler, Stern. Ich, Goldpilz. Mit Goldpilz bist du schneller als Stern. Ja, hat man gesehen, wie ich mich mal holen. Ja, das stimmt. Stern ist langsamer. Ja, so, soll ich Löhr sagen, dass du schon anfangen? Womit? Womit? Wohl. Dem live stream, meint er, glaube ich. Nix da, wir sind erst bei siebeneinhalb Minuten, da beende ich keinen Teil. Also heißt es, wie lange geht deine? Halbe Stunde. Halbe Stunde. Heißt es noch 22 Minuten? Als halbe Stunde. Als halbe Stunde. 22 Minuten noch und danach macht er vielleicht Anfuscht. Anfuscht. Eventuell, nur wenn du ganz lieb bist und dein Teller auf isst. Genau, bete mich an. Meine Eltern sind eh, glaube ich, jetzt gerade noch einkaufen. Was hat das mit dem live stream zu tun? Das stimmt. Das ist eine... Dass ich nicht essen kann. Kannst du mal bitte aufhören, hilft mir zu gucken. Josi, mach doch mal Musik im Hintergrund. Mach das Klo an. Das Klo. Mach das Klo an? Ja, da gibt es so einen Song, das heißt Das Klo, das Klo. Ich kenne nur Katzenklo von Helge Schneider. Josi, hör mal, mach mal bitte Katzenklo von Helge Schneider an. Hat Löhr gerade gemacht. Ja, da gibt es irgendwie so eine Animation mit das Klo, keine Ahnung. Aha. Interessant. Auf jeden Fall. Interessant. Ich möchte mal Löhrs Miner. Ja. Fällt jetzt auf, im Handled-Modus die Toads an der Seite am Megapixel. Das ist ein High Quality Spiel. Ist ja widerlich. Da ich hab Geld für Spaß. Ich krieg auf die Welt. Ich muss nur Schei Geister mit mir jetzt auch noch ein Gelber machen. Schei Geister. Ja, da mag ich aber mehr die Fisch. Der hat mich eine Frise. Du, Schei Geister. Ah, Tyler ist der Schei Geister. Der ist gerade mit Wande getroffen. Tyler spielt doch gar kein Schei Geister. Ja, doch. In 10 Minuten muss ich runter. Mach mal gucken. Ach so, okay, mach ich. In 10 Minuten muss ich runter, mein Vater kommt. Ich hab's irgendwie mitbekommen, ja. Ich auch. Ja, der ist an der... Der ist... Löhr... Soll ich mal sagen, wie ich gerade getroffen hab? Der ist an der Wand ran... Nein, lang geflogen und dann ab Wande. Und dann mit Wande noch. War ja wie gesagt, der beste Freund die Wand. Schon einer. Ja, aber... Einer hat getroffen. Die Welt hat getroffen, Wasser getroffen. Hey, ich bin runtergefangen. Kugel, Willi. Holger ein paar Plätze. Und treff Tyler. Und Kenu. Nee, Kenu hab ich nicht. Nur Tyler. 5. 5. Warum muss ich runterkommen? Ich bin ganz umruf. Auch wenn du mir kommt, die Gewinn und Sternen. Nein, der ist so gut. Ja, wenn ich drüber will ich jetzt bremsen. Warum? Wir können ja das mal eine Runde machen, oder? Wenn du wär. Das war gar kein Sinn. Wenn ich drüber wäre, würde ich einfach die ganze Runde lang nicht fahren. Ja, gut. Ich fahr einfach schon auf. Warte. Warte. Warte, ich überhole noch. Gibt's wie, gib mir nicht steif. Aber nicht mehr überholt. Doch. Richtig Stoff gegeben, Alter. Meine Punkte sind unsere alte. Schon 41.000. Aber Tyler, schön, dass du jetzt auch ein Scheugel hast. Die Scheugel-Gruppe, muss man... Oh, es offiziell Schorne hat ein Live-Video gestartet. Sieh dir an, bevor es zu Ende ist. Ich hab keinen gestartet. Ja. Du hast ja diese, äh, Drachen-Fans. Ich hab diese Drachen-Fans. Drachen-Fans. Ein oder dein Kommentar, glaub ich. Ach so. Wenn ich mich richtig erinnere. Kann sein, ich weiß es nicht. So viele Fans. Ich weiß halt nicht. Ja. Ist eine Freundin. Ist eine Freundin. Okay. Ja. Muss ich gleich noch mal nachgucken. Ich kann das jetzt nicht gucken, sonst... Weiß nicht, oder? Mal gucken. Ich guck mal. Da ich ja regelmäßig in deiner Kommentarsektion schaue, bin mir ziemlich sicher, dass das einer aus deiner Kommentarsektion ist. Was? Was? Du guckst jetzt früher gerade. Hab ich schon was verpasst? Nein, bei welchem Video hast du denn? Bei, äh, da hab ich nichts. Da hab ich jetzt noch nichts. Nichts gesehen eben gerade, muss ich gleich noch mal nachgucken. Ach ja, stimmt, der Löhr hat ja jeden von uns abonniert. Der Video-Konar hat sogar mich. Nicht? Bei mir nicht. Ja, der hat mich abonniert. Mich aber nicht. Ich auch. Bei mir macht das gar keinen Sinn, weil ich ja gar nichts suche. Tyler hat gerade schön, äh, Löhr nachgemacht. Ne? Ich lade ihn dir schön. Das ist ja nur mein Account, um selber Videos gucken, um zu machen. Dann merke ich dich auch noch abonnieren, Melissa, auf jeden Fall. Wo ist ein Löhr? Wo ist ein Löhr? Ich seh den gar nicht. Endlich. Er kann nicht vor mir sein. Er kann nur da hinter mir sein. Er kann nur da hinter mir sein. Er kann nicht erben. Ja. Ja. Gut gut. Ja, jetzt kommt er nur an. Ja, jetzt kommt er nur an. Wie lange wird's dauern? Es wird bestimmt auch klappen. Ja, dann hab ich auch endlich ein PC, dann geht's auch ab. Ja, ich hab endlich... Och, Löhr und noch eine Schalette haben gleichzeitig gewählt. Entschuldigung, Keno. Ja. Naja, noch ist ne Runde da, Löhr. Noch muss ich für nichts entschuldigen. Ah. Dann ist ja gut. Nein, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Am nächsten Jahr bin ich 18, dann geh ich nämlich arbeiten und dann... Dann läuft die Kohle. Dann... Dann arbeitest du da, wo Löhr arbeitet. Ich erinnere, wo er arbeitet. Der ar... Arbeitet, glaub ich, im Krankenhaus im... Jetzt fliegelmäßig, ne? Ja, dann komm ich da hoch. Patiententransport. Genau, Patiententransport. Ach. Arbeitest du da vielleicht mit Mike Petermann? Weil das... Wenn ich 18 bin, mach ich fast das selber. Nur nicht mit Patienten, sondern mit Medikamenten. Man kann ja so gesehen als Nebenjob immer bei der Apotheke also mal die Medikamente rumfahren. Als Löhr ist genau wie Daniel. Dann hört es halt mein Führerschein nach. Ja! Danke! Kann ich ja mit 18, naja. Ohne Schleife. Oh, bitte habt jetzt keinen roten Löhr. Bitte habt jetzt keinen roten Löhr. Ne, nur einen Stern, aber da krieg ich dich nicht. Hahahaha! Nein! Hahahaha! 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 Wie belastend ich mich davon getroffen hab! Hahahaha! Hahahaha! Ab und zu kommt mal so ein ganz leiser Ton von den Melissa bittendrin. Hahahaha! 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 Oh, du bist scheiße! Hahahaha! Ich hab grad verstanden, oh du bist scheiße! Was? Ey, oder? Hahahaha! Was kuckst du mit? Oh, scheiße! Hahahaha! 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 Bitte nicht so laut ins Mikro husten, das weißt du doch! Achso, ich muss runter! Was ist? Ich helf so. Hahahaha! Hahahaha! Okay, bis gleich. Bist du heiler denn da? Guten Hunger. Tschüss! Äh ... ich esse nicht. mein vater kommt also irgendwie finde ich keine kommentare von irgendeinen drachen 19 wie alt ist denn das also bei den aktuellen kommentaren ist es auf jeden fall nicht ein ja bester freund die wand beide eigentlich ja entschuldigung da war ich bei dem blauen panzer ausland fährt noch von dem grün ja irgendwie schon ja dieser tinten fisch ist auch da bescheuert er hat mich überhaupt gar nichts das stimmt bringt sogar mindestens und schon jetzt cool will ja nur hol ich noch nicht ja 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 da trachenfeld 19 vor einer woche ja endlich ja stimmt da habe ich auch noch ganz drauf geantwortet ich habe nur ein däumchen nach oben gegeben konntest du nur aber soll ich auf lukario antworten das aber ich habe einen däumen nach oben gegeben also ich habe darauf reagiert so ist schon so melissa ich bin jetzt ein abonnent dank bitteschön wie viel klatter 100 ich habe 105 irgendwas verstanden also ich habe 100 verstanden 25 25 glaube ich was denn jetzt und ja 25 ja okay ja habe ich versorgt kino der block meister das block meister ja bei bei mir block lobst du immer irgendwo wieder auf weil ich ja mal wieder da sie das spiel das spiel ist der vogelperspektive ich hab so eine zange dann greife ich mich dann kann ich mich mal irgendwo auf der map wieder auf spiel das spiel ist der vogelperspektive hier ist noch hey hier ist noch ein schwarzer shy guy mit demselben auto also also teile aber wirklich aber wirklich hier hat jemand auf dem dritten einfach kugel will ich bin ein bisschen frech so die hürtchen und noch eine hürtchen und noch eine hürtchen und glatt gefahren ist nie noch frech aber es kann nur einen wahren schwarzen shy guy geben hürtchen 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 genau habe ich mir auch gedacht für dich ja sehen auch ganz viele andere auch noch so wahrscheinlich ja ja also teiler und melissa bitte schreibt im discord weil wie gesagt ich verstehe euch einfach nicht es tut mir leid jetzt ein wort verstehe ich aber die restlichen nicht mehr die restlichen zwölf nicht ich habe den chat auch eingeblendet man kann ihn sehen also ihr könnt auch schreiben die welt hat man auch schon öfter oder ja die hatten wir schon gespiegelt was ist mit eurem mikrofon wahrscheinlich ja Baltik einfach da he dann nach in Was? Hakuna Matata? Was? Hakuna Matata? Das Spruch sagt nicht geil. Hi. Hi. Habt ihr alles gehört gerade? Ja, aber natürlich. Sehr gut. Wo seid ihr denn hier drin? Im Mario Kart? Ja. Wo? Im Mario Kart regional, global, in der Lobby. Es ist ja egal ob wir regional oder global sind. Es muss einfach nur jemand von uns nachschauen. Ja, ich steu in Löhre noch. Eben. Bei dem kommt es wenigstens an. Einfach mir nach! Ich hab gerade gar nichts verstanden. Das ist bei mir kam nur an. Das, das? Das, das? Irgendwie so. Ja, das, das. Irgendwie so. Kommt es bei mir an. Das, das, das. Das, das. Das, das. Das, das. Klasse. Vor meiner ganzen Schule. Okay. Ja. Nicht auf der Schule. Vor der ganzen, ja auf der Schule, vor der kompletten Schule. Besuchst du in der Cafeteria? Du besuchst du in der Cafeteria? Unten in der Cafeteria haben wir eine Bühne in meine Schule. Und da singen ihr. Habe ich gesungen. Ah, fest. Oh, in der Cafeteria eine Bühne. Wie? Damit die Mobber hinwissen, wo sie den schmeißen sollen oder? Ja, eigentlich die Mobber nehmen immer an die Toilette für, für die gemobbten Kinder. Ja. Dann kommen die gemobbten Kinder immer nackt. Nackt. Nackt sage ich schon. Nass raus. Ich muss schon wieder da warten. Tja, die Runde gefällt den Leuten. Das ist der Toiletten-Washgang. Oh, weyoh, Baloo! Freunde seien dürftig und somit Baloo und seine Crew. Kennt das jemand? Nääääääää. Sagt mir jetzt gar nichts. ich kann nur versuch's doch mal mit gemütlichkeit mit ruhe ruhe und gemütlichkeit du kriegst reizenden husten bei der mikro oder dein mikro bringt sich immer gut zum husten soll es den neuen solltest du ein neues kaufen das mikrofon soll nicht in den drachen es soll vom mund würdest du mir dran von sich von erde sparen jürgen da das ja auf 1 1 1 das ist gut und ich kann die abwärts der verrückte stil So, kennt jemand für... Keine Ahnung, wer ist das? Alter, das ist aus. Das war das. Genau, mit Scholzi und... Ey! Scholzi ist drin, okay. Seht dich. Bei mir steht bitte Warten. Hey. Ganz witzig. Alle hört man, aber Löhr ist immer noch ein kleines bisschen zu leise. Okay, muss man wieder komplett laut. Ich bin halt einfach... Ja, ich muss euch laut stellen, sonst höre ich euch nicht. Und ich selber, ich brauche mich ja nicht zu hören. Würdest du mit der ersten Person zusammen sein, die das in deinem Status ließ? Bist du in einer Beziehung? Fehl dir deine... Dein oder deine Ex-Freunde oder Freunde? Frag mich, was du willst, ohne Scham und vor allem ehrlich. Was? Wirst du mich küssen, treffen mit mir? Hast du schon eine Zunge... Bitte hör auf, irgendwas vorzulesen. Hast du einen Liebesbrief gekriegt oder sowas? Nein! Mein Cousin hat gerade im Status... ... würdest du mir dran zu entspannen... ... beantworten, ohne zu lieben. Ach, wieder so ein WhatsApp-Kettenbrief. Ja. Ehrlich... Und ich muss auch noch ehrlich sein. Ich hab eh mal direkt... Ich hab diese Kettenbriefe immer direkt gelöscht. Haha. Ich hab auf das immer nie reagiert, lieber Kampo. Ich bin erster, Leute. Ich wurde vorm CV abgeschossen, aber... Okay, dritter. Vierter. Aber... Aber... In den letzten Videos, in denen Marvin war, war der extrem leise. Da hab ich den gar nicht verstanden, teilweise. Weiß gar nicht mehr, welche Videos ich fand, aber der war... Ich glaub, es war Marika oder so. Weiß ich gar nicht. Da war ich nicht dabei. Glaub ich. War extrem leise auf jeden Fall. Ja, Wusinem nicht dabei war. Da... Ich versteh mir einfach gar nichts. So, okay. Dann gehen wir mal raus. Was? Ja, doch. Wir sind bei 30 Minuten. Dann, äh... Ja. Fertig mit diesem Teil. Und dann machen wir mal Livestream, ja? Und dann sagen wir erstmal alle Tschüss. Genau. Tschüss. 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 Kaui. Ja. Hahaha.